Wolltest du schon immer mal wissen, wie der faule Weg zum Geldverdienen genauestens funktioniert? Ich werde es dir heute zeigen in dieser Episode. Wow, grossartig ist wir gleich jetzt starten können. Ich freue mich riesig, dass ich dir heute diesen faulen Weg des Geldverdienens zeigen darf. Und ich bin hier heute in meinem Office, wo ich eingerichtet habe, dass du live dabei sein kannst, um eben auch hier diese wunderbare Episode zu starten. Wenn es dir gefällt, darfst du natürlich auch immer wieder unten ein Subscription geben oder natürlich auch einen Kommentar einfügen. Auf diese gehen wir immer ganz gezielt ein, dass wir dir deine Frage sofort auch beantworten können. Nun, was ist jetzt der faule Weg? Um was geht es denn gleich? Kennst du das? Du sitzt da, scrollst durch deine Insta-Story durch, TikTok, wo du auch gerade bist, und denkst immer, Mensch, warum posten die anderen, deine Konkurrenz vielleicht, so viele Bilder von Geld, was sie alles verdienen, in sieben Monaten 1,7 Millionen gemacht. Und du weisst, du bist bei dir viel, viel tiefer. Was passiert da in dir? Was geschieht da? Und warum siehst du jetzt auf einmal so viele Posts? Was machen die anderen anders als du? Ich weiss, es gibt da einen wirklich faulen Weg, und den möchte ich dir nämlich heute zeigen, dass auch du lernen kannst, faul Geld zu verdienen. Und was es dazu braucht, ist, in erster Linie, ja, das werde ich dir heute zeigen. Ich werde es dir auch erklären und auch genauestens weiterbringen, dass du das für dich schlussendlich auch umsetzen kannst. Dazu möchte ich aber auch dir sagen, weisst du, ich war früher auch da, wo ich gesehen habe, hey, wir machen das andere Menschen. Warum verdienen die so viel mehr als ich? Was tun die anders? Ich bin doch aufgestanden jeden Morgen und habe mich abgeackert wie ein Bescheuerter, weil ich hatte so viele 1 zu 1, aber eine Million hatte ich da nie verdient. Und warum ist da ein Unterschied? Was gibt es da genau? Und in erster Linie hatte ich auch natürlich diesen intrinsischen Wunsch, wie die anderen da gross zu werden, Geld zu verdienen und auch zu schauen, warum, warum können andere das besser als ich? Was danach passiert ist, ist ganz spannend. Ich habe mich fast ein bisschen fokussiert auf das Geld, aber habe nicht geachtet, was mit meinem Körper passiert. Weil mit dem passiert etwas ganz Spannendes. Wo ich dir heute auch noch erzählen werde. Und hat dann auch gesehen, dass das, was ich jetzt gelernt habe, wunderbar war, wo ich da hinbekommen bin. Aber ich kann mit dem nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Und da bin ich dann auf die Suche gegangen, was gibt es denn Neues? Weil all diese tollen Tools und Techniken, wo ich da Deutschland überall von diesen wunderbaren Menschen gelernt habe, hat es nicht gebracht, dass ich da hinkomme. Und dann gesehen, dass der Mensch unterschiedlich ist. Ja, ich bin unterschiedlich, meine Kunden sind unterschiedlich, mein Nachbar ist unterschiedlich. Wir haben alle ein bisschen eine andere Einstellung zu Sachen, zu Geld. Und warum finden eine Menschen Geld schön? Und warum finden andere Menschen Geld dreckig? Das darf man nicht. Das soll man nicht. Und man darf es auch, wenn man es hat, gar nicht zeigen. Ja, nicht. Es kann ja Folgendes passieren. Es könnte ja passieren, dass die Menschen dich nicht mehr gern haben. Es gibt ja auch solche Sätze, Geld zeigt deinen wahren Charakter. Andere sagen, Geld verdirbt deinen Charakter. Ja, was ist es jetzt? Das eine oder das andere? Ich würde sagen, keines. Weil Geld macht nichts anderes, als es ist wie diese Flasche. Die ist da und darf Sachen machen, wie du das Gefühl hast. Aber sie muss jetzt nicht anders sein. Es ist nämlich nur eine Flasche. Da habe ich gerade einen Schluck Wasser genommen. Und das kann viele Menschen verunsichern. Weil in dir drin ist wahrscheinlich dieser Drang immer noch ganz stark, dass du jetzt auch so sein solltest, dass du jetzt auch viel tun kannst. Und dann kommen jetzt deine Muster hoch, deine Muster, wo du gelernt hast. Die meisten Menschen, kann ich dir gleich vorab nehmen, die werden jetzt ganz fleissig. Die werden jetzt ganz fleissig und rennen umher und sind auf jeder Hochzeit da und machen alles. Ich sage immer so, hört doch auf, überall auf jeder Party zu sein, sondern konzentrier dich. Aber die haben das halt nicht gelernt, wie es anders geht. Also haben sie das Gefühl, sie müssen überall sein. Da beginnen sie zu posten auf allen Kanälen, was sie da tun und wie grossartig. Und du merkst sofort, das stimmt überhaupt nicht überein. Nein, diese Menschen können nie so viel Geld haben, weil die Posts gar nicht stimmen. Die stimmen nicht mit Menschen, die das eben haben. Da gibt es Unterschiede. Und ich sehe es auch noch in deiner Energie. Deine Energie strahlt es aus, ob du es hast oder nicht. Aber das sind die zwei Schritte weiter, wo du in der Profile-Methode ganz klassisch lernst. Du kannst auch gleich hier unten auf den Link klicken, ich habe es drin. Da hast du, wie du weisst, ja auch noch bis Ende September den grossartigen Preis, wo du sofort reinkommen kannst in unseren Online-Kurs, wo eben all diese Sachen genauestens lernst. Du lernst, wie du das tust und wie du Sachen auch umsetzen kannst. Und jetzt ziehen wir zurück zu unseren Episoden. Dann haben wir ja auch gesehen, dass wir selbst, jetzt ist noch spannend, ich und reden. Jetzt habe ich ganz viele Sachen im Kopf gehabt und habe mal kurz den Faden, der Mund kam nicht nach zu meinen Sätzen. Ich hatte dann eben auch die Hypnose-Therapie gemacht und mich ausbilden lassen zum Hypnose-Therapeuten. Und auch dann gesehen, wir Menschen sind wirklich in der Fäge uns selbst zu hypnotisieren, kann man auch sagen. Es gibt ja auch hypnotische Wörter, man kann hypnotische Wörter lernen zu schreiben, das ist super gut für Webseiten und Newsletter. Aber man kann auch wunderbar hypnotische Wörter lernen, um zu sprechen. Da sind wir als Experten, natürlich auch Profis, und können dir genauestens sagen, wie das genauestens auch geht. Und da habe ich auch gesehen, wie du kannst dir wirklich einreden, dass du nichts kannst. Und dann ist die Chance klein, dass du was kannst. Und das Gleiche ist auch, dass du lernst, nicht so viel Geld zu haben oder auch immer nicht so viel Geld anzunehmen. Und hier ist Geld. Hier ist Geld, wo ich jeden Tag anschauen kann. Hier ist Geld, wo ich jeden Tag anschauen kann. Und ich auch mal merke, wie viel Geld ich denn da bei mir habe. Warum habe ich das da? Dass ich einfach da auch immer sehe, ja, ich habe genug Geld. Das habe ich übrigens auch wunderbar gelernt von einem ganz erfolgreichen Menschen. Der hat Folgendes gesagt, kennt ihr das auch, dass sie so beim Handy hintendran so diese Hüllen haben, das war wunderbar. Und da habt ihr so eure Karten drin. Ja, da habe ich ganz viele Karten drin. Aber die Karten sind ja schön und gut. Du kannst Sachen kaufen, aber du siehst jetzt nicht wirklich, wie viel Geld du da drauf hast. Und du weisst auch nicht, was du genau kaufen kannst. Weil es kann ja auch mal sein, dass du das Limit aufgebraucht hast. Und das siehst du nicht bei den Karten. Es ist zwar das Gefühl, du kannst viel kaufen, aber mit deinem Geld, mit dem, da sind Zahlen drauf. Da kannst du sofort wissen, das sind jetzt 500 Euro. Ja, da kann ich ziemlich viel kaufen. Ich kann jetzt ein Taxi nehmen, von A nach B fahren. Ich kann sofort Mittagessen kaufen. Ich kann auch einen ganzen Einkauf machen. Das reicht für die Schweiz. Ich kann auch sofort Schuhe kaufen da. Das reicht für mich, dieser Preis. Ich kann jetzt auch andere Sachen. Ich kann auch sofort Menschen beauftragen, mir Sachen zu tun, Covers zu machen. Ich kann diesen Film vielleicht editieren. Das reicht alles, kein Problem. Und dann habe ich das Gefühl, ja, ich kann alles gleich kaufen. Und das ist ein kleiner Tipp von mir. Überall, wo du arbeitest zum Beispiel, leg das einfach hin, wenn du es kannst. Oder nimm es in die Hosentasche oder ein Portemonnaie, dass du immer irgendwo Geld hast. Und wenn du reinschaufst, weisst du, ja, ich habe genug Geld. Dann bekommst du auch nicht diesen Drang, sofort was zu kaufen. Weil du hast ja auch das Gefühl, du weisst, dass genug da ist. Und der Trick davon ist, dieses Geld gebe ich eigentlich nie aus. Es ist immer da, aber ich habe das Gefühl dafür. Und wenn ich jetzt ausgeben möchte Sachen, dann nehme ich noch eine 100-Kronote mehr dazu und kaufe dann mit der. Und das ist wichtig, dass du Sachen lernst, um dies umzugehen. Auch wenn du jetzt merkst, das kann denn auch viel Geld für dich bedeuten, dass du halt das immer herumträgst. Ja, du musst lernen, mit Geld umzugehen. Du musst lernen, eine Beziehung zu Geld aufzubauen. Und da habe ich übrigens auch schon eine wunderbare Episode, schon mehrere gemacht. Geh mal nach und schaue, wie du mit Geld umgehst. Ich nehme nur noch was mit. Wenn du jetzt eine Beziehung beginnst, zum Beispiel mit einem Partner. Wie machst du denn das, wenn du jetzt eine Beziehung aufbaust? Was ist dir bei einer Beziehung wichtig? Triffst du den einmal im Monat? Einmal im Quartal und versuchst mal ein bisschen mit dem zu reden? Oder wie machst du das? Ich weiss, du wirst ihn viel mehr treffen. Du wirst ihn viel mehr treffen, dass du auch merkst, den möchte ich doch mehr sehen. Warum möchtest du denn mehr sehen? Ja, weil es dir wichtig ist, weil du ihn ja liebst. Du möchtest ja eine Beziehung mit ihm aufbauen. Und dann sagen mir viele Menschen, ich möchte doch von dem ganz viel lernen, wie der funktioniert. Was der tut, wie der einkauft, wie der atmet, wie der riecht, wie der schmeckt. Ja, dann mach doch das Gleiche auch mit deinem Geld. Mach das Gleiche mit deinem Geld. Dann wirst du sehen, wie du eine Beziehung aufbaust. Ja, du kannst hingehen und das Geld riechen. Wie fühlt es sich an? Du kannst es auch anfassen, du kannst es streicheln. Mach das mal. Und jetzt versuch mal zu schauen, was in dir passiert. Bei vielen Menschen passiert Folgendes. Boah, das Geld ist dreckig, ich darf das nicht machen. Spinnst du eigentlich? Was machst du da? Das ist doch bescheuert. Das macht ja niemand. Nee, ich mach's. Ach, schön. Du kannst anfassen und sehen. Das ist ganz anders. Das ist eine Beziehung aufzubauen. Und hör zu jammern, sondern mach das, weil du willst den faulen Weg des Geldes verdienen, kennenlernen. Und das ist der Start, dass du einfach eine Beziehung aufbaust zu deinem Geld. Dass du lernst, wie es tickt. So lernst, wie es riecht. So lernst, wie es sich anfühlt. Wenn du unterwegs bist, im Bus sitzt, zu Hause bist. Unterschiedliche Arten. Und wenn du es bekommst, breite es aus und schau es dir an. Und freu dich darüber, dass du so viele da hast. Mach eine Foto und schick es herum. Das ist eine Beziehung aufbau. Weil das Gleiche machst du dann auch ja mit deinem Typen, mit deiner Frau. Wenn mit deinen Freunden, du schickst Fotos an deinen Freunden, von deinem Typen. Wenn der dir was schickt, eine Blume, was auch immer, du schickst das. Wie viele Selfies sehe ich da draussen, wo man Menschen küsst, umarmt und streichelt? Tausende. Also mach das bitte auch, dass du lernen kannst, den faalen Weg des Geldes zu verdienen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn du es aber siehst, du kannst das selber nicht, wegen dem bist du auch da und schaust diese Episode an. Dann brauchst du auch Unterstützung. Und die Unterstützung ist da. Du darfst auch das annehmen. Und das ist eben auch wichtig, ich habe dann auch mal gesehen, hey, ich brauche wirklich jemanden, der mir Sachen zeigt, weil selbst komme ich nicht auf die Idee. Mach dir mal ein Beispiel. Ich begleite ja die wunderbare Nicole Isenecker, sie ist Kinderwunschcoach und jetzt kommt sie langsam aus ihrem Hoch, wieder hoch. Und gestern hat sie mir sofort eine Nachricht geschickt und hat gesagt, Alex, ich bin so geflasht. Ich hatte zwar die letzte Zeit keine Kunden mehr, aber ich weiss jetzt auch warum. Warum war es so? Weil sie technisch auf ihrer Webseite einen Fehler gemacht hat und die Menschen konnten sich gar nicht mehr anmelden. Oh. Und wie viele Male habe ich gesagt, prüfe bitte die Webseiten, prüfe bitte die Links. Warum ist das so? Weil sie ein Kinestätist. Sie musste diesen Punkt ankommen. Man musste ihr sagen, dass es nicht geht, dass sie es verstanden hat. Kinestätisten sind so. Ich bin auch so. Vielleicht bist du auch einer. Und dann sind die, das wird sie jetzt nie mehr passieren. Es ist aber wichtig, dass das passiert ist. Jetzt haben sie gesagt, Alex, ich habe wieder eine Nachricht bekommen. Es sind jetzt ungefähr, ich hoffe, ich sage die Zahl richtig, sonst, Nico, schreib es gleich unten rein, korrigiere mich. Über 80 Prozent, sie sind nämlich fast 90 Prozent, sie hat es gerade gesagt, 87 Prozent ihrer Frauen, die bei ihr im Coaching sind, sind schwanger geworden in den letzten vier Monaten, vier bis sechs Monaten. Und dann haben sie gesagt, ist doch geil. Das ist grossartig. Ich feiere dich ab und gratuliere dir. Weiss denn das jemand da draussen, dass das so ist? Hat sie gesagt, ja, ich weiss. Nö, weiss doch niemand. Ich sage, ja, wie sollen die Menschen das jetzt erfahren? Ja, ich könnte ja mal ein Newsletter machen, hieß es. Oder ich mache doch mal eine Insta-Story. Ich sage, das ist ein guter Anfang. Aber schau mal, wichtig ist, mach das nicht nur einmal, sondern das machst du jetzt permanent. Sie sagt, wieso? Das ist dein Proof. Du schaffst es, fast 90 Prozent Menschen schwanger zu machen, indem sie davor die Ärzte all gesagt haben, du wirst nie mehr schwanger. Was denkst du, was denn passiert? Ja, es könnten eventuell mehr Anfragen kommen. Ja, das ist, ich sage, überall, wo du jetzt den Podcast eingeladen wirst, bitte sagen. Sag es bitte auch immer wieder in deinem Podcast. Übrigens, ich bin Swiss Profile, da habe ich schon über 20.000 Menschen gelesen. Ich begleite dich zu deinem persönlichen Volk. Siehst du, ich habe es auch wieder gesagt. Und dass wir das lernen zu tun. Und auch immer bei den Newsletter, bei den Stories und und und. Und jetzt kommt wieder ein Geheimhack für die einfache Methode. Die Menschen brauchen hunderte und einmal etwas gehört zu haben, dass sie eventuell bei dir klicken. Ha, weil bei hunderte und einmal ist es dann automatisiert. Sie wissen dann, wie es funktioniert. Und das ist der einfache Weg zu Geld verdienen. Kommuniziere permanent deinen Erfolg nach draussen, dass die anderen Menschen merken, dass es dich gibt. Und übrigens, Klammer auf, weisst du noch meinen Podcast, wo ich darüber gesprochen habe, wie die blauen Bälle sind? Kennst du den noch? Die blauen Bälle? Das ist das Thema gewesen mit Sichtbarkeit. Also den kannst du eventuell gleich mal nachhören, dass du auch da noch mehr Informationen bekommst. Dass man siehst, ja, wir müssen echt immer wieder sagen, also bis jetzt haben wir alles gemacht, was wirklich faul ist. Wir können das alles auf der Couch. Wir können wirklich auf der Couch sitzen und Geld streicheln. Das funktioniert. Wir können es auch anfassen und riechen. Das haben wir bewiesen, dass es geht. Und jetzt das andere, jetzt erzählen wir permanent, was wir gemacht haben. Das kannst du auch, weil jetzt nimmst du dein Handy. Was machst du? Du nimmst dein Handy und gehst in einen Social-Media-Kanal. Ist egal, welcher es ist, es können auch mehrere sein. Und beginne da zu erzählen, entweder im Text oder in einem Video, was für dich besser ist, was du jetzt gerade gemacht hast. Welche Erfolge du gehabt hast. Erzähl so, wie wir das machen, weil ich durfte auch schon über 20.000 Menschen lesen. Dazu habe ich einen wunderbaren Online-Kurs aufgeschaltet, wo du sofort Sachen lernen kannst. Nämlich, wie du dich einfach nicht mehr manipulierst. Wie du Menschen liest, Profiler, Militär Profiling ist dabei. Die ganzen Profiling-Hacks habe ich dabei. Ich habe die Profiling-Skripte dabei. Ganz viele Dokumente drin. Ich habe Texte gemacht, Kurzanleitungen, Checklisten drin. Ganz viele Themen, wie du jetzt Menschen liest, wie du es selbst liest, wie die Persönlichkeitsentwicklung ist und wie du aus deinen Folgen lernst und wie du erfolgreich wirst. Alles da drin. Rein durch die Profiler-Methode. Und das ist wichtig. Den findest du übrigens gleich da unten auf dem Link. Da ist es wichtig, dass du auch lernst, solche Sachen zu erzählen. Und das ist nichts Böses. Beim zweiten habe ich dann gestern noch mit Chris das Profile gemacht. Er ist bei mir im Viermonats-Coaching. Die letzten Menschen sind jetzt noch drin. Danach gibt es das nicht mehr. Und er hat eine Aufgabe gehabt, dass er seine Firma neu strukturiert. Das haben wir gemacht. Und dann ging es auch darum, dass er jetzt den Menschen sagt, dass das die nächsten Schritte sind. Und wir haben das so aufgebaut, dass er das ganz klar sachlich sagen kann. Und das hat er getan. Da habe ich gefragt, wie lief es? Da hat er gesagt, Alex, die meisten haben einfach gesagt, das ist gut. Das stimmt. Endlich kann ich es machen. Und er hat übrigens sehr direkt gesprochen. Du holst mir eine Pfanne, mach das. Ich habe ihm gesagt, Menschen lieben direkte, ehrliche Kommunikation. Mach das bitte. Er hat sogar seine Frau gesagt, du, ich habe jetzt jemanden eingestellt, die die Buchhaltung noch macht. Und du musst nur noch die Löhne machen. Er hat sie gesagt, danke. Obwohl er das Gefühl gehabt hat, sie will das machen. Er hat gesagt, nee, hör auf. Sie ist ja auch im Stress. Du wirst solche Sachen machen. Und das wirst du nur mit einem Guide lernen. Einen Menschen, der dich begleitet. Einen Berater, einem Coach, einem Trainer. Es gibt da draussen so viele. Nimm den, der für dich passend ist. Und ich sage ihm so, schau doch zuerst mal ein bisschen seine YouTube-Videos an. Schau mal ein bisschen auf seinem Podcast-Kanal und auch auf seiner Webseite die Fotos anschauen. Vielleicht kannst du auch bei ihm auf der Webseite kostenlose Sachen runterladen, wenn er das anspricht. Und das Ganze für dich sympathisch ist und für dich, das innerlich stimmt. Dann bitte kannst du das raushauen. Dann kannst du das kaufen und nehmen. Das ist wichtig. Ist das gut? Passt. Und im anderen wirst du auch sehen, was es dann aus dir bringt. Die Nicole hat eine grossartige Kenntnis gehabt. Weil sie hat das gleich gemacht, was ich gesagt habe. Er erzählt es einfach draussen. Und sie hat gesehen, ist mega. Die Menschen reagieren sofort raus. Ich nehme jetzt einen Schluck Wasser. Wie du es auch aus meiner Geschichte gemerkt hast, bei Chris. Hallo Chris, schön, dass du da bist. War das auch so. Du darfst es also auch als neue Gelegenheit nutzen. Jetzt, wo du gemerkt hast, dass alles andere bis jetzt nicht funktioniert hat, ist es jetzt an der Zeit, dass du eine neue Gelegenheit für dich nutzt. Also darfst du doch jetzt auch zusagen zu etwas, was du nicht kennst. Schau mal, als ich damals gelernt habe zu stricken, Lisma Saga mir Riederschwitz, wusste ich auch nicht, wie das geht. Ich hatte es dann auch durch die Schulleitung gelernt. Und ich fand es noch cool. Ich hatte dann auch ein Socken gestrickt und konnte den auch anziehen. Ich hatte also auch da, das als neue Chance genommen, hatte auch einen riesen Erfolg, weil es war so Herbst wie jetzt langsam. Übrigens heute Morgen bei uns, als ich rausgeschaut habe. Es war schon ziemlich kühl. Dann kam auch schon dieser Nebel hoch. Und ich merkte, oh, oh, jetzt kommt wirklich der Herbst. Boah, kühle Sache. Und wirklich das als auch neue Gelegenheit nutzen. Und wenn du jetzt mal merkst, okay, dazu brauche ich eine Methode. Ja, ich habe die Profiler-Methode entwickelt, dass die Menschen lernen, Schritt für Schritt Sachen machen. Ich erlebe es immer wieder, dass die Menschen mir sagen, Alex, sag es mir langsam, direkt, aber weisst du, Schritt für Schritt. Ja, das mache ich gerne. Weil, übrigens, ich habe mir auch mal überlegt. Ich habe vor kurzem mal auf YouTube eine zweieinhalbstündige Serie gesehen von Russell Branson, wie er dir erklärt, wie du Clickfunnel einrichtest und Sachen verkaufst. Ich dachte mir, ich mache das glaube ich auch mal. Ich mache mal so ein Profiler-Silence-Live, wo ich dir wirklich in zweieinhalb Stunden, mal schauen, wie lange es geht, zeige, wie du am schnellsten Menschen lesen kannst. Wenn du das cool findest, dann schreib mir jetzt gleich unten in den Kommentar. Ja, Alex, mach das live, bitte. Ich bin gespannt und freue mich, das zu sehen. Da hast du gleich reinhauen. Da freue ich mich riesig, wenn du das machst. Und man sieht, Schritt für Schritt ist wichtig. Eins nach dem anderen. Weil ich erlebe es immer wieder. Zum Beispiel, Etien ist ein Spezialist bei mir im Coaching. Der will immer drei Schritte voraus. Ich sage, Etien, stopp. Ich bremse den permanent. Und das war auch einer seiner Punkte, dass er nicht erfolgreich war. Wir haben ihm gesagt, hey, seien wir jetzt bitte mal faul. Machen wir mal den faulen Weg des Erfolges, dass du Geld bekommst. Schritt für Schritt. Was haben wir bei ihm eingerichtet? Wir haben bei ihm Kontos eingerichtet, wo wir Themen benannt haben. Hier ist das Lohnkonto, hier ist so ein Ausbildungskonto, hier ist das Steuerkonto und hier ist noch ein Spasskonto, wie er wollte. Und anfangs Monats schieben wir automatisch Geld auf diese unterschiedlichen Konten. Und dass wir auch nicht zu viel Gebühren bezahlen müssen auf diesem Konto, können wir das auch Online-Kontos einrichten. Dass du auch merkst, oder mit Karten umgehen, dass du merkst, hey, ja, da können wir unterschiedliche Sachen machen. Jetzt nach, sind es fast acht Wochen, hat er plötzlich Geld auf der Seite. Er hat Geld, jetzt habe ich gesagt, alles, das funktioniert. Ja, ist einfach. Der faule Weg des Geldes. Du wirst so lernen, Geld zu verdienen. Du hast am Schluss endlich Cash. Und dann habe ich ihm noch einen Tipp gegeben und ihm gesagt, was er jetzt tun muss, dass er am Ende des Monats 4'000 Franken rein durch Coaching verdient. Und er ist ganz am Anfang noch keine Webseite. Er holt die Menschen händisch rein. 4'000 regelmässig pro Monat durch Coaching. Einfach nebenbei. Hat er noch nie gehabt. Ist Game-Changing. Wichtig, der faule Weg des Geldes. Es funktioniert. Und genau, das ist die Methode, das ist für dich, das du merkst, Schritt für Schritt das umzusetzen. Und das Ergebnis ist immens, ist riesig. Das ist purer Erfolg. Also du brauchst nicht zu verstehen, wie NFT funktioniert. Hör doch mal auf. Du brauchst nicht zu wissen, wie Aktien funktionieren. Nee, das ist viel zu weit weg. Wir müssen diese Schritte, die ich dir jetzt gesagt habe, die darfst du jetzt anwenden. Die darfst du jetzt kennenlernen. Und wenn du das Gefühl hast, hast du es noch nicht mitbekommen, dann schau das noch 2-3 Mal an. Spule zurück und schau es noch einmal an. Schreib unten in die Kommentare, dass ich dir antworten kann und dir Sachen zukommen können, dass du merkst, ja, es geht. Und wenn du noch mehr dazulernen willst, drück unten, hol dir die Profiler-Methode. Das ist ein Online-Kurs, wo jetzt super günstig ist, noch bis Ende September, dass du auch da sofort reinkommst. Mein Ziel ist es, so viele Menschen, wie du möglich will, 100 Menschen, dass die mir einen Online-Kurs machen, weil ich habe gestern bereits zum Online-Kurs die Live-Calls ins Leben gerufen. Übrigens, das war auch so cool. Ich habe wirklich jetzt aufgebaut, habe gesagt meinem Team, hey, wir haben jetzt Live-Calls. Die Menschen, die den Kurs gekauft haben, nur die, können jetzt in die Live-Calls kommen. Es sind Q&A, wo sie Fragen stellen können und ich komme jedes Mal noch rein mit einem Thema, wo aktuell ist, wo sie eben noch mehr Informationen bekommen. Das wäre ein Live-Podcast, das kannst du dir vorstellen. Einfach davon ein Thema, natürlich auch viel tiefer, dass sie auch das Wie bekommen, nicht nur das Was. Und das ist drauf. 37 Minuten später hatten wir den ersten Kauf. Die ersten sieben Tage, die schenke ich dir, die sind kostenlos und da kannst du ab jetzt sofort dabei sein. Und auch da, wenn du bald erst jetzt reinkommst, dann werden wir am Anfang eine ganz kleine Gruppe haben, da wird es am meisten profitieren. Also am Anfang lohnt es sich immer und so kommst du schlussendlich auch raus. Und das ist das Ergebnis, auch von Dritten, da merkt der Rutscher, und hat gesagt, alles ist geil, dass ich mir das machen kann. Ich freue mich so, weil jedes Mal, wo ich mit dir telefoniert habe, hatte ich dann auch so ein gutes Gefühl und ich stelle mir jetzt vor, ich habe das fast wöchentlich. Was würde da mit mir passieren? Ja. Was würde da mit dir passieren? Rechne es dir mal aus. Und es hat mich echt gefreut, dass wir jetzt auch am Schluss angekommen sind, das Ganze für dich machen durften und schau mal, versuch es mal aus, teste es mal. Es hat mich gefreut, dass du heute dabei warst. In diesem Sinne, wünsche ich dir einen tollen Tag. Geh unten rein, mach uns eine Rezession. Du kannst auch gleich unten auf den Link drücken und uns eine Frage stellen. Wenn du noch mehr willst oder wenn du das Thema, ein Thema, noch etwas dazu sagen möchtest, schreib es unten rein, dass wir dir gleich beantworten können. In diesem Sinne, wünsche ich dir einen ganz tollen Tag. Mach's gut und bis bald. Dein Zussprofil, Alex Hohscher. aber ich kann mich nicht mehr,